Du wirst noch sehen, Alter. Ey, Patrick, Mann! Du Hohensohn! Was soll denn das? Das wollte ich wirklich! Was soll das? Das wollte ich wirklich! Was soll das, Mann? Das wollte ich wirklich! Du kleiner Bastard, Alter! Wo muss ich jetzt hin? Ich schwöre dir, du holst jetzt mal alle meine Sachen wieder, Patrick. Was soll das? Ich hol dir... Let's start again. Yo, Leute. Ganz kurze kleine Anmerkung. Ab 16 Uhr gibt's auch einen schönen Livestream auf www.twitch.tv slash gtime.tv, in dem wir natürlich ordentlich Craft Attack 4 zocken werden. Und wer Bock hat, kann natürlich einschalten und jetzt viel Spaß. Was geht ab, meine Freunde, zu einer weiteren Folge, zu einer weiteren Staffel Craft Attack 4. Wir haben immer gedacht, aufs Neue! Alter, ist das Kacke! Craft Attack 4, cool! Warum ist Dina dabei? Warum? Wir sind immer viele Menschen. Warum ist Dina dabei? Man sieht zwischen Beni, den Dina, den Basti, den Spark, den Zehnottsnick, Weiß, Petrit, Denip Gens, Streettime, Baloui und noch einige andere, die gerade leider nicht vor Ort sein können. Warum ist Dina dabei? Ich möchte gerne anmerken, ich will nicht, dass Revi wieder Bürgermeister wird. Der war ein scheiß Bürgermeister. Nächste Woche auf Viertelsturm streamen. Revi war nie Bürgermeister. Fünfter, Sextab Viertelsturm streamen, was? Du warst nie Bürgermeister. Er war echt nie Bürgermeister. Nein, er war gar kein. Ich würde mich jetzt gerne ganz kurz bei Jens bedanken für die Vorbereitung. Danke, Jens. Ja, ich würde mich auch bedanken. Vielen Dank, dass ihr mich zum Bürgermeister gewählt habt. Danke, danke. Jetzt können wir eigentlich schon losfliegen, oder? Ja, aber Revi, du hast etwas vergessen. Und zwar dieser schöne Kristall in der Mitte, du hast die Geschichte und die Historie dahinter vergessen zu erzählen. Und zwar, dieser Kristall hat uns davor gerettet und hat uns in diese Welt von Craft Deck 4, drei meine ich, in Craft Deck 4 hineingebracht. Alter, das ist heftig. Und viele Portersteine. Aber wer hat ja extra Revi geopfert, damit wir überleben. Ja, wieso ist der jetzt wieder da? Das macht mich traurig. Der Stein hat übrigens noch eine Besonderheit. Der hat nämlich in den Videobeschreibungen den ersten Link, den Download-Link von Craft Attack Map Nummer 3. Alter, bei mir auch? Also bei mir nicht. Bei jedem richtigen Hack. Stimmt. Darf man den abbauen oder nicht? Nein, Däner. Ja. Ich glaube, das kannst du gar nicht, Felix. Warum nicht? Pink und Lieder, klar. Ich würde sagen, es geht los, oder? Kevin, los, komm. Go, 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 go. Kevin, Team speak. Okay, ich bin da. Hörst du mich, Revi? Kevin, ich hör dich. Und fliegen. Guck, er fliegt schon. Ich hau den. Kevin, flieg ich richtig? Ja, du fliegst richtig. Kevin, komm weiter, 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 Kevin. Da ist ein Dorf, da unten ist ein Dorf. Lass uns am Dorf landen. Komm, Kevin, direkt dahin, direkt dahin. Du sollst nicht zu schnell landen, sonst stirbst du. Ah! Hä? Was? Du bist schon gestorben, Junge. Du bist viel zu schnell runtergeflogen. Wie kann man denn so schnell fliegen? Welche Koordinaten muss ich, Kevin? Ich weiß nicht. Du musst einfach wieder in die Richtung von diesem Berg fliegen. Aber ich sag dir die Koordinaten. Ja, welche? Wo war das denn? Alter, hier sind schon alle. Alle sind hier. Warte. Das ist auf minus 250, minus 250. Die kleinen Streute, Junge. Die wollen alles hier klauen. Ey, Kevin, ich flieg komplett falsch. Ich flieg komplett falsch. Minus 250, minus 250. Beides. Junge. Wie kann man da falsch fliegen? Ich verbrenne Lava. Kevin, hilf mir. Ich bin in Lava geflogen. Kevin. Digga, was hast du? Kevin, wieso leckt das jetzt schon hier? Was hast du gemacht, Mann? Es leckt jetzt einfach schon so unendlich. Ich bin einfach eben, ich bin einfach so gestorben. Ich bin einfach geploppt. Warte mal, Moment mal ganz kurz. Ich verstehe das gerade nicht. Ich muss noch mal ganz kurz hier in die Gruppe rein. So, Leute, passt nur auf. Hey, ganz kurz. Leute. Ich bin eben einfach geplatzt gerade in der Luft. Ich bin gestorben. Ich habe die Runde nicht berührt. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, wo Kevin ist. Was soll ich jetzt machen? Minus 250, minus 250. Dann. Ach, fickt euch alle, Drecksprojekt. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Du dummen, blöden Wichser, Alter. Das fängt ja schon richtig gut an, das Projekt. Ohne Witz. Kevin, in welche Richtung muss ich wirklich? Ich weiß es nicht. Du musst auf Koordinaten 250, 250. Minus oder was? Minus, ja. Beides minus. Warte mal. Du musst schräg von der Insel wegfliegen. Ich kann dir das ganz schwer sagen. Warte. Ich sage dir, in welche Richtung du gucken musst ungefähr, ja? Ich bin jetzt schon wieder unten, Alter. Soll ich mich jetzt nochmal umbringen? Nee. Ich weiß ja nicht, wo du jetzt genau bist. Weiß nicht. Ich habe es gerade. Ich habe es gerade. Okay. Ja, warte. Ich komme, ich komme, ich komme. Der Petrit, der Reudige. Der Petrit, der Reudige. Der soll aufhören. Ich bin im Dorf, Kehr. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Okay, ja. Ich bin hier direkt einen Baum am abbauen. Ich habe uns schon die Bücherregale gesaved. Okay, hier ist Marc auf jeden Fall. Ich töte ihn. Ich töte ihn. Varro, Varro. 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 Es ist Varro. Varro, Varro. Greifst du den wirklich an? Hier ist Petrit Spark, das Team. Petrit soll aufhören, der Hurensohn. Ey, lass direkt Petrit töten, okay? Warte, ich mache das jetzt. Warte, das hat mich die ganze Zeit gerade schon abgefuckt. Kevin, gib mal ein Schwert. Warte. Warte, hier ist ein Schwert. Gib, 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 gib. Schnell, 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 schnell. Gib. Gib. Ja. Nicht die ganze Zeit hauen. Du musst doch mal ein bisschen warten wegen Cooldown. Ja. So, okay. Ich habe mir das auch schon geklärt. Gut. Ähm, dann würde ich sagen... Du tötest den einfach... Ja, was denn, wenn er mich die ganze Zeit schlägt? Alter, er hat angefangen. Der rastet gerade richtig aus. Hast du Kartoffeln geholt direkt, Kevin? Die hatten keine Kartoffeln, nur Getreide war hier in der Stadt, aber... Was für Bastarde. Entschuldige. Die haben alles auch noch eingenatzt hier an Getreide und so, ne? Ich habe das abgebaut und die sind einfach drüber gelaufen, Spark und hier. Kevin, die Bücherregale hier. Jo, man, wir haben dann jetzt schon über 40 Bücher oder so, ne? Ja, das ist ganz geil. Lass uns direkt hoch auf den Berg gehen, oder? Ich wurde direkt da unten, lass uns Diamanten direkt holen. Lass uns direkt auf den Berg unser Grundstück abstecken, das ist das Wichtigste, Kevin. Diamanten finden wir später noch. Lass uns direkt hoch auf den Berg gehen und das Grundstück abstecken, komm. Weil das nimmt uns nämlich jemand weg. Okay. Weißt du, was ich meine? Ey, hier können wir Fackeln holen direkt. Kevin, komm mal her, Kevin, komm mal her. Kevin, komm mal her. Warte, 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 warte. Ey, ich will aber, ich will eine Psychiatrie bauen, ne? Ja, dann aber nicht in meiner Nähe. Ja, dann musst du dein eigenes Grundstück suchen. Kevin, jetzt guck doch mal, wo willst du hin? Schau mal her, schau mal her. Kevin, komm mal her, komm her. Warte. Ich will hier ein bisschen Kohle holen noch. Komm her, wo bist du, Kevin? Hinter dir, hier hinten bin ich. Hier, guck am Berg. Lass uns. So, warte, ich bin bei dir. Ich find's hier überhalb des Dorfs. Guck mal, hier überhalb des Dorfs. Wie findest du's da? Da. Diesen Felsen. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Craft Attack 3, ne? Findest du's geil oder eher nicht so? Oder lieber noch höher? Lass uns mal in die Richtung gehen, okay? Okay, komm. Ja, warte, aber da ist doch massig Kohle. Sollen wir die nicht holen? Können wir später holen, können wir später holen. Ist jetzt nicht so wichtig. Nachher klaut die uns aber einer. Ja, was soll passieren? So, come on, als ob du das wegnämmst. Ist halt nur Kohle. Wenn man das wichtig ist, dann lassen die Bücherregale. Also, Leute, ihr seht, es ist wieder Craft Attack Zeit. Es wird wieder richtig witzig. Der 24-Stunden-Stream, der nächste Woche stattfindet, beziehungsweise diese Woche sogar. Der wird auf jeden Fall hard nice und der wird auf jeden Fall wieder Craft Attack gespielt. Und ich glaube, ich hab gerade schon den Grundstein für den ersten Beef gelegt. Das war auch mein Ziel in dieser Folge. Dana spielt mit und ich denke mal, dass ich auf jeden Fall noch direkt Danas Haus zerstören werde. Und ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Wir haben beide wieder extrem bocker Craft Attack, Freunde. Wir haben das so hart vermisst. Ich liebe kein Projekt so sehr wie Craft Attack. Oh, hier ist Spark of Phoenix. Hier ist Spark of Phoenix. Kevin, beeil dich, beeil dich. Hier ist Spark, hier ist Spark. Der will hier hoch, der will hier hoch. Ja, aber ich versuche hier noch uns Essen und sowas zu... Oh, Dana wurde von Early Boy getötet? Early Boy hat Dana einfach getötet. Nice eigentlich, oder? Also wie viel Tod es hier schon gab, ne? Das ist schon krass. Vor allem dieser Massenmord untereinander direkt, ne? Finde ich voll falsch so von Leuten, die direkt angreifen so. Finde ich voll assi. Kevin, pass auf. Bist du bei mir, Schatzi? Ich bin hier in der Nähe, ja. Ich kümmere mich gerade darum, dass wir gleich was zu essen haben. Wir spielen übrigens 1.11, Freunde. Das ist aber auch der Release heute am 1.11.2011. 2016. Und ja, Craft Attack wieder gar keine Regeln. So frei, wie wir nur können, dürfen wir uns hier bewegen. So frei, wie wir wollen. Ähm... Alter, warum greift der mich an? Wer denn, wer denn? Patrick! Soll ich dir helfen? Ja, wäre ganz gut. Digga, warum greift der mich an, Mann? Warum, Junge? Das war ein Fehler. Ich hab nur noch ein halbes Herz, Kevin, ne? Das schaffst du nicht. Warum nicht? Junge, ohne Witz, Alter. Das ist richtig scheiße jetzt. Ich hab... Ey, der soll die Sachen wiedergeben. Ich hab alles... Du Huso, Alter. Ich hab dir noch nichtmals was getan. Ich hab dir noch nichtmals geholfen, wo du den angegriffen hast. Ohne Witz, Alter. Er soll einfach nur die Sachen wiedergeben, der Bastard. Oh, ey, das ist so ein Lappen, der Typ. Er soll einfach nur die Sachen wiedergeben. Jetzt hat er sich mit dem Feilchen angelegt. Ich nehm gar nichts von dem an. Der weiß genau, was ich für psychopathisch bin, Junge. Jetzt... Okay, die Leute können sich schon drauf freuen. Das wird richtig abgehen, diese Staffel. Ohne Witz. Ich werd so ausrasten, Junge. Glaub mir das. Kevin, ich hab mein Grundstück gefunden. Patrick soll beten, dass ich niemals dein Haus finde in diesem Projekt. Juge, ich schwöre. Kevin, komm zu mir. Kevin, komm zu mir. Ich hab mein Grundstück gefunden. Ja, warte. Ich versuch jetzt gerade erst mal Sachen zu holen. Ich hatte gerade Essen. Alles hab ich geholt. Ich hatte Kohle, Ofen und so. Ich hab alles schon vorbereitet, damit wir keine Probleme mit Essen kriegen. Also, Leute. Ihr seht gerade, es ist schon wieder mega, mega stressig hier bei Craft of Tech. Es geht hier schon drunter und drüber. Es gibt einfach nur Beef hier vorne. Aber, Freunde, das hier wird hier oben mein Grundstück werden. Das find ich hier so schön direkt. Wir sind ein Dreißiger, Junge. Ich werd den so fertig machen, glaub mal. Ich werd den komplett vernichten. Patrick, meinst du oder was? Ja. Sollte erst kommen, der Wichser. In doch, schreibt der. Der wartet schon die ganze Zeit da drauf wieder, ne? Der Bastard. Ich werd den richtig jetzt. Ich werd den... Du kleiner Bastard, Mann. Junge, warum greifst du mich denn an? Patrick, halt deine Fresse. Du nimmst einfach mal hin, dass du das Opfer von uns bist. Du hast angefangen, mich zu schlagen. Nein, 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 nein. Digga, ich werd dich... Als ich gelandet, als ich gelandet, bin das du angeschluckt. Ja, das war aber ein Freundschaftsklaps. Ey, Petrit. Guck mal, hör mir zu. Hör mir... Nein, du machst jetzt kein Schwert. Nein. Ich mach kein Schwert, Mann. Jetzt hör mal auf. Und Kevin, warum hast du ihm ein Schwert gegeben? Ich wollt ihn gar nicht töten. Ich hatte ihm einfach ein Schwert gegeben, weil er gefragt hat, ob ich ihn eins machen kann. Hab ich da eben gemacht. Ja, ich gebe dir ein Schwert. Komm. Petrit, das hier oben ist mein Grundstück. Weg mit dir. Ja, ich baue doch hier doch nicht. Weg mit dir. Halt doch dein Maul. Petrit, du würdest sowieso kein Haus bauen können. Ich spreng das immer. Ja, ja. Boah, Petrit, wir werden dich so abfacken, Alter. Ich schwöre dir, ich hab 24 Stunden Zeit nächste Woche, Alter. Ja, ja, ich geb dir vier, zwei Stunden Zeit. Ich werde dich nur abfacken, mein Kind dazu entschieden. Ich schwöre dir, Petrit, du hast... Rewe, Rewe, du weißt, dass ich nur 20 Minuten von dir weg wohne oder okay, ein bisschen mehr, aber... Halt deine Fresse. Ich mach einfach nicht auf. Du hast die psychopathischen Kräfte aktiviert, Petrit. Das war der größte Fehler. Du wirst direkt leiden, Petrit. Du wirst direkt leiden. Du wirst sehen diesmal, nicht wir. Du wirst sehen, mein Freund. Ja, als wenn ich letztes Jahr nicht gelitten hätte. Du wirst dieses Jahr noch mehr leiden. Wo ich mit dem Gürtel geschlagen habe, alles zurecht. Ja, das war ja noch okay. Das war ja noch geil. Du kleiner Bastard. Mann, jetzt bin ich krank geworden wegen dir. Hör auf, ab. Ja, okay, gut. Schon gut. Meine ganzen Sachen, alles, was ich gesammelt habe, du 31er. Was für 31er, ich geb dir die doch. Du bist richtiger 31er. Ich hab dich nichtmals mit Revi angegriffen oder so. Ich hab dir nichts getan. Ja, und wenn dich ein Freund fragen würde, ob du ihm was machen kannst, würdest du ja auch machen oder nicht. Ist echt super, du bist so ein Wichser geworden. Guck mal, wärst du jetzt zu mir angekommen? Du wusstest, dass das mich damit töten möchte. Nein, wusste ich nicht. Ey, Petrit, lass die Kohle in Ruhe, das ist meine. Was fängt dahin da, Alter? Ich schwöre dir, ich brauch die Kohle, ich brauch die Kohle. Ich geb dir gleich Kohle. Petrit, ich hab ein Steinschwert. Ich töte dich oder gib mir das. Ja, okay, ich geb dir das. Sehr gut. Außerdem, ich glaube nicht, dass Revi dich einfach so getötet hat. Du hast ihn bestimmt provoziert. Ja, hast du, hast du, hast du. Doch, mit deinem Skin. Mit meinem Skin? Ja, siehst du, das ist schon ein Grund. Ey, hopp mich abzugreifen, Mann. Das soll die Scheiße, Petrit. Reflex, Mann, ich hatte Angst vor dir. Guck, du machst immer wieder Stress, Mann. Ich mach nie Stress. Ich bin so ein friedlicher Geselle. Letztes Jahr, wollte ich einfach nur mein Haus bauen und ich hab mich immer nur abgefuckt. Ein friedlicher Geselle, boah, Petrit, ich will nicht das hören. Geh einfach, geh deinen Weg und farm. Ich geh jetzt mein Grundstück abstecken, Petrit. Ja, steck es doch ab. Wenn du hier draufkommst, es gibt Instant Kids. Mit was würdest du mich denn töten? Du wirst schon noch sehen, Petrit. Tja, du wirst... Ja, halt deinen Maul. Du wirst sehen, du wirst sehen, mein Freund. Du wirst sehen, mein Freund. Dieses Verhalten wieder. Dieses Verhalten schon wieder von dir, Petrit. Oh Gott. Das zeigt schon wieder, was für ein Mensch du bist. Ja. Auf dich zuschauen, Petrit. Meine Sachen hab ich auch alle weg jetzt. Ja, komm doch hier, ich gebe sie dir doch. Grundgütiger. Oh, wenn ich das schon höre. Digga, wo bist du? Hör auf, deutsche Begriffe zu sagen, Petrit. Gott, Alter. Wo seid ihr gerade? Ja, keine Ahnung, Digga. Ich bin jetzt hier in diesem Dorf. Ja, ich bin hier oberhalb vom Dorf. Ähm, X minus 280 und Z minus 320. Ja, du klaust meine Sachen, Alter, und ich soll jetzt auch noch zu dir kommen, oder was? Ja, hier ist doch auch Revi. Wo denn oberhalb des Dorf Revi? Seid ihr da in der Nähe von der Kohle? Auf dieser Landzone, Kevin. Bist du das? Bist du das? Bist du das? Das bist du, glaube ich. Ach, da oben. Direkt mal hier claimen, Alter, dass das hier in mir ist. Ey, wie kommt man da hoch? Bau dich einfach hoch. Wie viel Grundstück nimmst du denn, Mann? Ich nehm die ganze Landzunge, du Bastard. Okay, dann baue ich das einfach da oben, was, Alter. Du baust hier nichts bei mir in der Nähe wieder, Petrit. Ich will die Sachen haben. Dein Maul, du wirst es noch sehen, Alter. Ey, Petrit, Mann! Du Hohensohn! Was soll denn das? Das wollte ich wirklich! Was soll das? Das wollte ich wirklich! Was soll das, Mann? Das wollte ich wirklich! Du kleiner Bastard, Alter. Wo muss ich jetzt hin? Ich schwöre dir, du holst jetzt mal alle meine Sachen wieder, Petrit. Was soll das? Ich hole dir. Kevin, oh! Ich hole dir doch! Kevin, das war wirklich aus Versehen. 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 Ich wollte sowas nicht. Nein, ich bin tot! Ich wollte wirklich... Das ist die Strafe dafür, dass du mich einfach getötet hast gerade, ohne dass ich dir was getan habe. Oh, Petrit, du bist so ein unehrenhafter Bastard, ne? Und du Bastard, du hast noch nicht, weil es die Bücher gehabt. Ich habe die Rewe gegeben. Rewe hatte die 100%. Ja? Rewe, hast du die Bücher gehabt? Ja, hatte der. Okay, du bist die Klippe runtergefallen? Ja. Okay, ich hole alle deine Sachen schon mal. Nur, das war aus Versehen, ich wusste nicht, In der Nähe vom Wasser oder wo? Ja, in der Nähe vom Wasser. Okay, dann komme ich da jetzt hin. Ach, hier seid ihr. Digga, hier sind seine Sachen gar nicht. Doch, die sind da. Hatte eh nix, man. Tu mal nicht so rumpuschen. Ja, die Bücher, Junge, weißt du, wie viel die wert sind? Ja, die sind mehr als dein Leben. Ey, ich finde diesen Scheiß platzig mehr, wegen dir. Jetzt bin ich irgendwo im Wasser wegen dir, du Hube, Minus 300 und minus 300 bei Z. Oh, kopfst du mich an, Alter. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Wo sind seine Sachen, Petrit? Ich habe ihn gebannt, Alter. Ich weiß nicht, wo deine Sachen sind, ist das Problem. Die liegen unter der Klippe. Okay, wo sind die Sachen? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, man. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, Kevin. Ich schwimme jetzt hier gerade irgendwo im Wasser wegen diesem Bastard, Alter. Warte, weißt du nicht mehr, wo du gerade hingeflogen bist, in welche Richtung? Nein. Ich weiß nur nicht, wo der dich gerade runtergehauen hat. Ja, warte, ich gucke jetzt. Steck du schon mal oben, bitte mit Fackeln, diese Landzung ab. Warte, Petrin hat mich gehauen, ich töte ihn jetzt wieder, ist mir scheißegal. Der wird jetzt sehen. Du hast dich mit Psychopathen angelegt, Petrit. Das war der größte Fehler. Welche Koordinaten muss ich, Kevin? Minus 250, minus 250, dann bist du direkt im Dorf. Das war sein größter Fehler, sich mit mir anzulegen. Der wird sehen, der Junge. Ich bagge hier volle Wasser, ich schwimme gerade mit diesem Flügel unter Wasser, was ist das? Ja, ich habe das Gefühl, dass der Server gerade eh noch ein bisschen am Längen ist, weil alle in andere Richtungen geflogen sind. Und so, Petrit haut die ganze Zeit ab. So, jetzt habe ich ihn nochmal getötet, den Drexhund. Der soll, der wird sehen, ey. Minus 250, minus 250. Ja, genau, minus 250, minus 250, beide Koordinaten. Ich helfe nicht. Da, wo ich gerade hinschule, sieht es ganz anders aus. Das ist genau die. Das muss da sein. Warte mal, also ich kann dir meine mal sagen, ich bin auf minus 350, minus 320 und das ist hinter dieser Klippe. Das ist so ein ganz hoher Berg davor. Ähm, also hier sind ganz viele hohe Berge, ja. Ey, ich werde das niemals, ich werde das niemals finden. Ich werde das niemals finden, Mann. Ja, Leute, ich würde dir sagen, wir machen ein ganz kurzes Schnitt und wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder, wenn ich es dann gefunden habe und meinen Grundstück abgesteckt habe soweit und alles ist cool und easy. Leute, das ist jetzt schon die Kampfwandsage an Petrit. Du kleiner Bastard. So und Petrit, glaub mir, du wirst so hart leiden. Du wirst so hart leiden für diese Scheiße. Leute, das war's von dieser Folge. Lass den Lauf hoch da. Ich freue mich wieder auf Gravel Attack. Hau rein. Tschüss. Jo, an meine Leute auch. Ich bin auch erstmal für jetzt raus. Ähm, ich habe schon ein bisschen Essen organisiert und in der nächsten Folge wird es dann, äh, ja, erfolgreicher weitergehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Kevin, ich schwöre dir, ich finde, ich bin...